Nein! Kann man nur so pechbehaftet sein wie ich? Ich hab no Chance, das wird, glaub ich, das erste Mal sein, dass ich hier nicht direkt am Anfang gewinne. Oh, Judy, hallo. Oh, hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Äh, geht's schon los? Hallo? Willkommen zur neuesten Dummdüttel-Challenge hier von mir, dem Dumbubbler. Ich muss... Oh, fuck! Ich muss die Runde gewinnen, wenn ich es nicht tue. Sch-Verschissel! Da muss ich eine Strafe durchführen, eine Strafaktion durchführen. Und die lautet wie folgt. Ich muss Zitronenwasser trinken. Ihr wisst schon, dieses, ähm, Zitronen-Konzentrat aus diesen Flächen, die wie Zitronen aussehen. Die Entscheidung lag zwischen dieser Strafe und oder in den Zitronen reinbeißen. Aber ich dachte mir, es haben schon so viele Leute in Zitronen gebissen. Ich muss jetzt nicht immer, äh, und sowas, ne? Man muss ja nicht immer nach dem Trend gehen. Ich bin ziemlich trendy, das stimmt. Aber ich bin auch recht Toccolino. Und deswegen ist es mir wichtig, auch mal, fuck, äh, hier einen Punkt zu setzen und zu sagen, Leute, ja, so geht's nämlich nicht. Gerade wenn ich nämlich hier am Drücker bin, dann wird auch mal Zitronenwasser einfach so pur gedruckt. Weil ich halt auch im Bad Mode vorgewinnen. Lürft ihr nicht vergessen. Oh, Judy, hallo. Oh, durch die Wand! Oh mein Gott! Cheater, cheater, cheater. Ich hab... Habt ihr das gesehen? Wie ich diesem armen Kerl einfach voll cheater-like in die Fresse geschossen hab. Durch die Wand. Es ist noch einer vor mir. Ich kann's grad nicht so fassen, weil ich fühle mich gerade richtig on point. So wie ich hier spiele. Shit. Aber irgendwie ist es nicht ausreichend. Bezüglich der Facecam, was sagt ihr zu dieser Facecam? Ich hab's jetzt mal unten hingemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr jetzt unbedingt wolltet. Ihr wolltet sie nicht an der Seite haben, wolltet sie nicht rund haben. Einige wollten sie unten haben, andere nicht. Ähm, ja, ich hab's jetzt mal hier hingesetzt, wo sie eben ist. Wie findet ihr das? Ist das in Ordnung für euch oder seid ihr voll angepisst jetzt? Und da ich nicht weiß, wann diese Folge online geht, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30. Kommt zum Livestream, keinerlein! Auf komm, ich kann doch jetzt nicht direkt hier beim ersten Try verlieren. Ihr wisst, wenn ich jetzt gewinne... Was? Der klaut mir den Kill? Falls ich gewinnen würde, dann erhalte ich die Strafe natürlich bei und muss sie dann durchziehen, sobald ich halt mal verliere. Und ich spiele dann immer weiter mit Handicap. Aber es sieht dieses Mal wohl so aus, als hätte ich hier echt ein Tier am Start. Der ist schon vier Level weiter als ich. Okay, also vier Stufen Vorsprung hat er jetzt nicht mehr, aber drei sind nach wie vor eine recht krasse Geschichte. Wie heißt denn der Ace? Er heißt Ace, der ist ja supergeil, Mann. Freut mich, so einen Gegner am Start zu haben. Ah, fuck, nein! Ace ist schon bei den Pistols, ich fass es nicht, ne? Nein! Kann man nur so pechbehaftet sein wie ich? Ja, aber Ace bekommt gerade keine Kills. Das könnte... Oh, shit! Er ist vor mir! Er ist nur noch drei Punkte vor mir. Das könnte funktionieren. Ja, er steht da oben im Fenster. Aha, okay. Drecksack, verschissener. Window Camper, ich seh dich. Ace macht die ganze Zeit gerne Kills. Das freut mich etwas. Ich komm jetzt an den Run. Zwei Punkte ist er noch vor mir. Warum ist hier keiner? Ja, nice. Ein Punkt vor mir. Das ist Ace, das ist Ace. Shit. Der stand da links. Ach komm, nein! Jetzt hat er mich gekriegt, ne? Mann! Er ist wieder zwei vor mir. Das wird ein richtig krasser Kampf hier mit Ace. Ja, da ist Ace tot. Geil, Mann. Vielen Dank, ich muss das immer jetzt den Kill klauen. Ja, ich hab no Chance. Das wird, glaub ich, das erste Mal sein, dass ich hier nicht direkt am Anfang gewinne, sondern direkt die Strafe antreten muss. Gerade, wenn meine Leute auch so zurückgeblieben sind und sich jetzt sofort knifen lassen, so wie ich sie kenne. Wird nicht sogar fast geneift. Gott, so viele Knifer jetzt gerade am Start, ne? Kommt schon, Jungs! Mir fehlen noch zwei... Ja! Ja! Kommt her jetzt, ihr habt es verdient, hier zu gewinnen, ihr Schweine. Alles klar, ich hab Knife. Gut, jetzt sind sie dran. Okay, komm. Das kann ich noch gewinnen. Ich kann es echt noch gewinnen. Nein! Was los ist mit dem Kill? Er hat mir echt den Kill geklaut. Ich fass es nicht. Mann, ich hätte jetzt gewonnen. Ja! Um Himmels Willen, Mann! Hab ich gekämpft. Guck mal, mir direkt disconnected. Der kleine Loser. Tja, Leute! Hat er sich verdient. Der alte Bumba hier, ha? Er hat sich verdient. Was laberst du? Leute! Bin ich jetzt gerade geschwitzt? Tja, ich würde sagen, das heißt für mich erstmal keine Scheiße trinken. Aber die Strafe besteht weiterhin. Einfach dann zum nächsten Mal. Nächstes Mal ist es dann so, dass ich einem Spieler den Vortritt lasse und er erstmal Level 3 erreichen muss. Bevor ich ins Spiel einsteige und auch Leute killen werde. Aber das war schon jetzt sehr knapp, ne? Holla, die Waldfee war das knapp. Kinder, hab ich mir jetzt auf die Brust gekloppt. Aua. My Tats hurt. Mein Aiming war echt beschissen, aber trotzdem hab ich es einfach, äh, hingerobbt. Oh, ein neues Item. Wie schön. GTG Desert Amber. Keine Ahnung, was das heißt, aber es sieht so ein bisschen gay aus. Leute, also wenn das nicht einen Daumen nach oben, äh, wert war, dieses Spiel. Ich geb mir jetzt gleich, ich geb mir gleich selbst einen Daumen nach oben. Wenn das Video fertig, also was heißt gleich. In ein paar Tagen, wenn das Video online geht, geb ich mir einen verschissenen Daumen nach oben. Weil ich dieses Mal wirklich, ah! Tja, ich hab mir jetzt erschwitzt. Ich hab tatsächlich geschwitzt. Magst du was? Wortwörtlich? Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut! Guckt in die Livestreams ran, jeden Tag und noch das Tag an 19.30 Uhr. Bis dann. Ciao, ciao! Ja, das hab ich gesagt, äh, ja, das hab ich, äh, ich bin auf den.